Hallöchen meine geilen Eierhälse, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde, Luna spielt Indie Horrorquatsch, äh, zu welchem Tag auch immer, heute spielen wir, äh, falsches Stockwerk, du Arschloch, gehen wir zu deinem, äh, von N4BA oder Naba oder wie auch immer, der hat ja übrigens auch, äh, dieses, ähm, andere Bodycam Horror Dings da gemacht, ich hab den Namen schon wieder vergessen, hehehe, aber wir, äh, gucken uns auf jeden Fall mal das Spiel hier heute an und ich würd sagen, wir sind schon wieder auf dem falschen, äh, äh, ausgestiegen hat schon wieder diesen Kamerashake, ist nicht ganz so fotorealistisch wie das andere und ich glaube tatsächlich, äh, wir sind hier auf dem falschen Stockwerk gelandet na dann, äh, keine Ahnung geh ich runter? Better use the elevator mach ich doch dann warten wir auf den, ah, guck mal, schau so, wohin müssen wir denn? ich würd sagen ähm wir gehen zum ersten Stockwerk kennst du mich? klingt zumindest so jo ich hab keine Ahnung, was mich erwartet, ich hab mich diesmal in keinster Weise dazu informiert ähm lol ähm lol ok wo auch immer ich hier gelandet bin diese Toren on the elevator generator aha ach, guck mal, die kann ich, ah so ein bisschen hin und her drehen ähm da ist ein Gang kann ich sie irgendwie auch richtig bewegen? oder immer nur so ein Millimeterchen? ok muss mir erstmal genügen ich seh doch nix so, bitte alter kann ich irgendwie dich richtig drehen? ich kann nur ein paar mal drauf rumklicken und die immer irgendwie hin und her schlackern lassen aber so richtig geil benutzen kann ich das Ding auch nicht ich hab doch keine Ahnung, was hier zu tun ist, alter ach, guck mal, hier geht's lang ich höre Ratten und Mäuse den ignoriere ich mal ganz getrost, glaube ich lieber äh, ist nicht so sexy kann ich die irgendwie auch bewegen? nö den hat's auf jeden Fall nicht so geil erwischt ach da Licht ja, die Atmo ist ooooh Feuer Feuer kann ich den mitnehmen? einfach zu Sicherheitszwecken ach, schau mal, guck jetzt habe ich schon eine richtige Taschenlampe was ist das denn? ein riesiges Auge das mich anstarrt ist das groß nicht Blut und noch mehr Kram WAAA okay Hüpeles, ne ich, äh möchte gerne nach Hause gehen das fände ich richtig knorkig also 1,2,7 typen mehr lassen er kann richtig krasse atmosphärische Horrorspiele basteln fällt das niemanden auf, dass ich im Keller irgendwie voll der ekelhafte geisteskranke haust okay, das war jetzt eher relativ trashig guck mal, warum lässt du von mir weg, wenn du so geisteskrank bist, willst du mich nicht essen? ich habe hier frische Leber und Nirschen, da kannst du schöne Nirschenpastete draus basteln mein Kumpel Alter, du bist riesig okay war das jetzt? ich würde gerne irgendwie weitermachen hätte ich nicht zu dem gehen sollen? habe ich das Spiel jetzt irgendwie auf eine komische Art und Weise gecrashed, dass, äh Mami? ich würde gerne auf die fortsetzen ich komme gleich wieder so, ich bin wieder an der Türchen und jetzt gehe ich mal nicht zu ihm in den Raum rein, sondern, äh verschwinden die Busse einfach direkt an ihm vorbei the code behind the red cabinet ach, großartig welchem roten Kabinett, alter die Musik hat schlagartig aufgehört ist er hier noch drin? ne, tatsächlich nicht mehr kann ich da ran rumdrehen? okay kurz ein bisschen durchatmen es ist doch eine recht angespannte Situation vor allem, wenn das Spiel dann jedes Mal crasht das muss ja auch nicht sein welches red cabinet? wir hatten ja so einen roten Schrank hier irgendwo in einem der Zimmer das hier könnte es sein oder auch nicht oder das hier ah 0661 jetzt weiß ich natürlich nicht ob er nicht hier wieder lauert der Ingolf okay 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 ach wie schön ist das ganze hier ach wie schön ich hätte gern ein bier oh fuck 6 6 6 6 6 Ich hab's vorgegeben! Wo hab ich mich geirrt? Hä? Hä? War ich zu dumm? Muss ich da noch was anderes drücken? War 0661 falsch? So, vielleicht? Warum muss denn die Zahl... Ist übrigens nicht gerade verhenswürdig. 0661... Oh, Männchen, kurz! Ich trottel, das Ding war auf dem Kopf. 9... Äh, warte mal, nein, 1... 9... 9... Null! Perfekt! Kann ich nicht noch irgendeine Waffe mitnehmen oder so? Nur diese verkackte Brechstange? Au! Die Tür ist auf! Na garantiert geh ich da rein, Alter! Na garantiert geh ich da rein! So... Irgendwo hier konnte ich doch, glaub ich, was aufbrechen, oder? Ja, das Zeug. Gibt's irgendein Hauptschalter? Oder war's das jetzt schon? Gibt's irgendein Hauptschalter? Kumpel Blase? Alles gut bei dir? Ich würd' gern hier weg... Zählst du von der Idee? Lass mich einfach nach Hause? Dankeschön! Ah! Das war... Super! Ich hab's geschafft! Hahaha! Sehr gut! Ach ja, wie schön ist Panama! Ähm... Atmosphärisch schön! Dieser eine Bug mittendrin war nicht so schön, aber an und für sich... Äh, ich hatte meinen Spaß! Ich hoffe ihr auch! Hahaha! Und dann sehen wir uns beim nächsten in die Horrorquatsch! Auf dann bald auf Wiedersehen! Tschüssigowski! Blablabla!